Und so wächst ein Kind und könnte nur schön und gut werden, aber es ist immer einer da, der es stört und verbiegt. Und es gibt Kinder, die wollen zum Andern und brauchen viel Liebe, und man lässt sie verdorren. Und es gibt Einzelgänger, die stolz sind und herbe, seltene Früchte tragen könnten, und man presst sie in die Zweisamkeit und in die Mehrsamkeit und vergewaltigt sie, und sie werden schief und verkrüppelt vor lauter Ekel. Wer aber das Glück hat, aus der Logik seines Wesens gerade aufschießen zu können, der besitzt das Glück der Sicherheit.